Battlemania Champions League, Rap oder Stirb? Wir haben natürlich ein weiteres Match für euch am Start und ich glaube, dieses Match wird von der ganzen YouTube Community extrem diskutiert werden. Die einen werden sagen, der verdient doch kein Match. Die anderen werden sagen, was sucht der denn in der BMCL? Aber die Battlescouts haben sich was dabei gedacht. Ich vertraue unseren Jungs und tja, euch erwartet Amar gegen McTwist. Yo, was sucht Amar in der BMCL? Das ist wohl die meistgestellte Frage. Letztes Mal in München hat er mich gefragt, wie aus dieser Hatewelle rauskommt und ehrlich gesagt hatte ich gar keine Antwort darauf. Ständig wird er gedisst, ständig wird er gestichelt, unter anderem von Jimmy McTwist. Er hat einen Distract zurückgemacht und das ist eine persönliche Beefgeschichte, die beide bereit sind, auf der Bühne sportlich auszutragen. Und diesmal geht es um alles oder nichts. Beide haben untereinander ausgemacht, doppelt oder nichts und der Verlierer bekommt eine BMCL-Sperre. Sowas hatten wir noch nie. Da hat er sich auf jeden Fall einen riesen Brocken ausgesucht. McTwist hat in Sachen Battles auch schon einiges auf dem Buckel. Hat bei uns gebattelt, hat beim VBT gebattelt, hat sich als Ghostwriter hier und da hinter den Kulissen schon einen Namen gemacht. Auf jeden Fall wird das ein übertrieben spannendes Match. Die ganze Halunkenbande ist am Start und wir werden sehen, wer am Ende den kürzeren zieht, denn diesmal heißt es wirklich Rap oder Stirb. Ja hallo lieber Amar, du hast ja gesagt, dass du mich durchs ganze Land jagen willst, um mich zu schlagen. Das finde ich aber nicht so nett von dir. Yo Rapper Mittwoch, yo YouTube, was geht ab? Ich bin Amar und zwar bettel ich am 18.11.2015 im Gloria gegen McTwist. Aber kein Problem. Du hast ja die Möglichkeit, dich am 18.11. von deiner Couch zu erheben, um nach Köln zu kommen. Da werden wir uns dann gegenseitig betteln. Alles oder nichts. Du bist frech, ich werde frech sein. Dann schauen wir mal am Ende, wer da noch am Ende auf der Bühne wirklich steht und seinen Maul noch weit aufreißen kann. Sag ruhig Cassius Clay, dieser hässlichen Fotze, Alter, dass er nur eine Nutte ist, die von Baba Saad gesangt worden ist und er heftig schwanzkaut, dieser Feigling, Alter. Ja, aber Amar, dass du mich schlagen willst, das musst du den Leuten, mit denen ich da sein werde, nochmal genauer erklären. Beziehungsweise Saads Leuten. Ich glaube, die haben das noch nicht so richtig verstanden. Also bis dahin kannst du dir weiter Mut in Form von Chips anfressen, du untalentiertes, immer zu choken, das fette Stück Scheiße. Du wandelnde Hüpfburg, die komplette Alon-Bande wird dabei sein. VBT bist du rausgeflogen, du Stück Scheiße, aber warte mal ab, Alter. Ich hab mich schon gut informiert. So, jetzt wird bald geschrieben und dann schauen wir mal an, Alter, wer am Ende da noch steht, Dicker. Rap oder stirb? Und ich schwör dir, am besten sagst du schon mal Baba Saad Bescheid, dass er deinen Scheißvertrag auslöst. Jo, meine lieben Freunde des gepflegten BadRaps, wie immer findet ihr hier zwei weitere Videos. Da könnt ihr abonnieren, hier gibt's Tickets zum Vorverkauf. Hier unten könnt ihr Videobeschreibungen lesen und alle wichtigen Informationen bekommen.